Der Kongress endete am Abend mit einer feierlichen Preisverleihung. Staatsminister Joachim Herrmann verlieh den Preis für Qualität im Wohnungsbau 2015. Dass Sie jetzt auch noch großes Interesse an einer qualitativen Baukultur haben, dokumentiert der Preis für Qualität im Wohnungsbau 2015. Er wird dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal vom BfW-Landesverband zusammen mit dem Deutschen Werkbund Bayern an innovative, überwiegend frei finanzierte Wohnungsbauprojekte in Bayern verlieren. Dieses Jahr konnten die Projekte Wohnen am Rosengarten, Mehrfamilienhäuser Park 4 und das Nest Plus Energieprojekt die Jury überzeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020